Herzlich Willkommen zu den Nachrichten aus Neumünster. Stadtgebiet Es häufen sich bei der Polizei Anzeigen wegen einer neuen Art von Diebstählen. Dabei greifen sich die Täter Taschen oder Rucksäcke, die Radfahrer auf ihrer Fahrt durch die Innenstadt in ihre Fahrradkörbe gelegt haben. Die Opfer kommen aus Einaltersgruppen. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist nicht bekannt. Die Taschen verschwanden während der Fahrt oder wenn die Räder angeschlossen wurden. Die Polizei bittet daher die Radfahrer in Neumünster, auf alle Taschen, Rucksäcke und Beutel aufzupassen. Insbesondere im Bereich des Großfleckens, im Rengspark sowie in den Teichuferanlagen und der näheren Umgebung ist besondere Vorsicht geboten. Taschen sollten in Fahrradkörben beispielsweise durch Festbinden gesichert werden, damit nicht jeder sie einfach herausnehmen kann. Die Schleswig-Holstein-Netz AG teilt mit, dass im Stadtteil Böckler-Siedlung-Bugenhaben die Gas-Hausanschlüsse überprüft werden müssen. Dafür kontrollieren in den kommenden Wochen beauftragte Monteure der Stadtwerke in rund 100 Gebäuden die Innenbereiche der Hauseinführungen. Die Mitarbeiter können sich entsprechend ausweisen und die Überprüfung ist kostenlos. Kunden sollten vorab alle Türen auf dem Weg zum Heizungsraum öffnen, um Infektionsmöglichkeiten zu vermeiden. Sollte jemand im Haushalt unter Quarantäne stehen, wird die Prüfung verschoben. Wittdorf Die Stadt bewirbt sich mit der Veloroute nach Wittdorf um einen Millionenbetrag an Fördermitteln beim Programm Klimaschutz durch Radverkehr des Bundesumweltministeriums. Dafür soll in der ersten Stufe bis 30. April eine Projektskizze eingereicht werden. Wird diese angenommen, kommt es zum eigentlichen Antrag. Es geht um mehrere Projekte, unter anderem ist folgendes geplant. Die Wiesenstraße soll Fahrradstraße werden. Die Wittdorfer Spinne wird zum Kreisel ausgebaut. In der Stadtteil Mitte Wittdorf wird die Nahmobilität gestärkt mit mehr Fahrradabstellanlagen, auch für Lastenräder, einer Fahrradreparaturstation, einer Ladestation für E-Bikes, Barrierefreiheit und der Optimierung des Schutzstreifens sowie der Türöffnungszonen. An der Linden- und an der Wittdorfer Straße soll der Radweg statt auswärts saniert und statt einwärts als sogenannter sicherer Fahrradstreifen errichtet werden. Der Knotenpunkt Kreuzung-Lindenstraße-Wittdorfer Straße-Grünerweg-Rügenstraße wird angepasst. Und die Radverkehrsführung vom Ring bis zur Bahnstrecke an der Wittdorfer Straße wird überprüft. Falderer An der Walter-Lehmkuh-Schule haben die ersten 13 Schülerinnen und Schüler bei einem Pilotprojekt ihre Feuerwehrausbildung bestanden. Die können nun direkt bei der Freiwilligen Feuerwehr anfangen. Die bundesweit einmalige Ausbildung in Zusammenarbeit mit dem Stadtfeuerwehrverband läuft seit Beginn des Schuljahres 2021-2022. Die Unterstufenschüler hatten die Prüfung vor einer Kommission erfolgreich abgeschlossen. Parallel entwickelten Schüler in der Ausbildung zu grafiktechnischen Assistenten ein Logo und ein Imagefilm. Der Mangel an ehrenamtlich arbeitendem Personal, insbesondere bei den Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein, war Auslöser für die Idee. Innenstadt Oberbürgermeister Tobias Bergmann hat in den Geschäften der Innenstadt gleich in sechs Sprachen Werbung für das Impfen gegen Corona gemacht. So hängte er in einigen Geschäften Infozettel auf Deutsch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch und Farsi und Persisch auf. Darauf sind die Termine für den Februar aufgelistet. Es gibt noch einige freie Impftermine, auch im Impfzentrum an der Lahnstraße. Infos gibt es unter www.impfen-sh.de im Internet. Innenstadt Die Arbeiten für einen neuen Fahrstuhl an der Holsten Schule haben begonnen. Der Aufzug ist eine Sonderanfertigung der Firma Tepper und kostet gut 211.000 Euro. Er bietet drei Zugänge zum Gebäude und einen zum Pausenhof. Das Besondere daran ist, dass er quasi über Eck zwei Gebäudetrakte im Erdgeschoss verbindet, die einen Höhenversprung haben. Das war's mit den Nachrichten aus Neumünster. Wir wünschen eine schöne Woche.